Hier ist das Seferon mit einem Let's Show von Minecraft, das jetzt zusätzlich und nebst meinem neuen Let's Play läuft, beziehungsweise ich will euch einfach mal zeigen, was ich schon denn vor meinem Let's Play so gebaut habe und da ergibt es sich, dass ich ein kurzes Let's Show mache. Es wird ein kurzes Let's Show, weil es gar nicht so viel ist. So, hier sehen wir schon das Let's Show und das Let's Play. Fangen wir mal an und begeben wir uns in die Welt rein. Hier, das ist unser Spawn Point. Da werden wir dann später nochmal dazukommen. Da bin ich mir sehr ziemlich sicher. Also dann wandern wir hier mal lang. Das ist nur so ein leer stehendes Häuschen. Nicht weiter von Bedeutung. Hier haben wir eine Feder. Was das hier ist, das war so ziemlich mein erstes Dach mit Treppen. Machen wir hier mal auf, dann können wir hier reinschauen, was ich da so habe. Wie gesagt, es ist nicht viel. Ein leer stehendes kleines Häuschen mit kleinem Balkon. Ganz kurz noch zu meinem Skin. Da bin ich nämlich ganz stolz drauf. Da habe ich nämlich selbst Hand angelegt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wer erkennt es? Ja, es ist Herkules vom Disney-Film Herkules. Den finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich den so lassen werde oder ob ich den irgendwann noch ändern werde, aber vorübergehend passt das, wie es ist. So, hier haben wir ein bisschen abgeschlossen, damit nicht alles hier reinkommt. Und perfekt, es fängt an zu regnen. Ja, das ist doch perfekt. So, ihr habt es schon gesehen, das ist mein Baumhaus. Das ist so meine, wie soll ich sagen, Haupthütte. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Das Schweinchen da hat schon mächtig Spaß. Und wer gleich auch. Das ist hier so quasi eine Art Rezeption mit so ein paar Sitzgelegenheiten. Dann wandern wir mal in den zweiten Stock. Hier gibt es, keine Ahnung, einen Brunnen oder einen Pool oder was auch immer das sein soll. Also, so eine kleine Aussicht. Das hat man schon gesehen. So, hier einen kleinen Balkon. Und hier steht zum Olymp. Ja, wie passend, da das der Sohn Gottes ist oder der Sohn Zeus, besser gesagt, geht es hier rauf zum Olymp. Seine, bleibe, sein Schlafgemach. Und ich merke, dass ich nur noch irgendwie fünf, sechs Herzen habe. Nee, fünf, weil ich hier nicht auf Peaceful spiele. Das ist noch vom Let's Show so eingestellt, beziehungsweise, äh, Let's Play. Okay. Hier haben wir eine kleine Aussichtsplattform. Sieht ganz schön aus. Wenn da ein bisschen mehr stünde, wäre es eine ganz coole Aussicht. Aber momentan ist da einfach noch zu wenig. Hier ist mein kleines Schlafgemach. So ganz, ganz heimlich, ganz, ganz vertraut, ganz klein. Das Wasser der Hygiene. Ja, das habe ich so ein bisschen ausgetestet, weil ich seit dem Update 1.7, glaube ich, gibt es ja diese Pistons. Und da wollte ich halt auch mal was ausprobieren und habe mir direkt eine Dusche gebaut. Funktioniert perfekt. Also wenn man ein bisschen zu viel Sport gemacht hat oder was auch immer und ein Arsch voll stinkt, dann kann man sich hier runterbegeben und sich eiskaltes Wasser über den Kopf gießen. Das ist aber nicht weiter wichtig. Das ist nur so ein kleines Experiment. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse oder ob ich das wieder entferne. Unwichtig. So, hier haben wir den Brunnen, den wir da unten fließen gesehen haben. Hier haben wir noch einen kleinen Pool aus Glas. Und da sieht man natürlich die ganze Welt unten. Ich will da nicht zu viel zeigen. Da kommen wir noch zu. Wir haben ja Zeit. Obwohl es auch nur noch 10 Minuten sind. Naja, mal gucken. Vielleicht schneide ich es auch in zwei Teile oder so. Hier haben wir ein nicht aktives Nether-Portal. Das ist nicht aktiv, weil ich keine Lust auf diese Viecher habe, die Feuer speien, da mein ganzes Haus aus Holz besteht und so ziemlich alles abfackeln würde hier. So, jetzt gucken wir mal bewusst in die andere Richtung. Das, was wir schon gesehen haben. Und fahren hier runter ins Nichts. So, das ist meine kleine Unterwasserkuppel. Hier habe ich, keine Ahnung, eine kleine Sitzecke und ein paar Bücher und ein Bett. Alles, was unwichtig ist. Und dann geht es wieder zurück. Schön wäre es, wenn es jetzt aufhören würde zu pissen, da ich überhaupt nicht gerne jetzt bei dem Let's Show einen verregnenden Tag zeigen möchte. Außerdem ist der Regen so laut, ich höre mich selbst fast nicht. Mal schauen, ob wir da... Ne, können wir nicht. Okay, alles klar. Dann musst du das durchziehen. So, dann sind wir hier angekommen vor der Villa. Die ist leider noch überhaupt nicht fertig. Aber, ich kann jetzt schon mal verraten, wenn das Zeug hier drin fertig ist, dann gibt das ganz sicher etwas ganz Nettes. Was ja lustig ist, der Eingang besteht genau, beziehungsweise das Wasser, das hier runter fließt, besteht genau aus einem einzigen Kübel Wasser. Das ist ganz cool hier. Fließt das wieder zusammen. Hier geht es in die Villa rein. Das ist so eine kleine provisorische Küche, die ich mir hier gemacht habe. Die oberen Stockwerke sind leider noch leer. Keine Ahnung, mit was ich die füllen soll. Kein blassen Schimmer. Ich habe ja mal so einen Boxring gemacht für einen Freund. Habe das ihm gewidmet. Aber jetzt ist es erstmal unwichtig. So. Das ist... die Schätze der DNA-Familie, beziehungsweise die Schatzkammer. Und hier sieht man schon, alles was ich so ziemlich besitze, wird hier gebunkert. So. Dann. Auf, auf. Zum Dorf. Da sieht man eine Mauer. Hier steht schon zum Dorfplatz. Das ist perfekt. Das ist genau der Ort, an dem wir hinwollen. Das hier ist so eine kleine Unterkunft für Durchreisende. Keine Ahnung was. Das hier ist meine kleine Hundesammlung. Das hier ist die Kirche. Die ist auch noch sehr unfertig. Also ich habe keine Ahnung, was hier noch alles reinkommt. Von da kann man, weiß ich, beten und Papst spielen und was auch immer. Von da sieht man sogar, glaube ich noch, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber da sieht man noch die Unterwasserkuppel. Und ich bin zu doof, hier einen Leiter raufzuklettern. So. Wie gesagt, alles noch ein bisschen unfertig, alles neu, frisch gebaut. Hier gibt es noch so einen kleinen Friedhof. Und das hier muss ich zugeben, habe ich geklaut. Hier begraben, G-Punkt Heimgang. Sehr offensichtlich, was sich da verbirgt, aber man weiß ja doch nicht. So, hier geht es zur verbotenen Abteilung. Das Gebäude mit einem Gestrüpp vorne dran. So. Massenweise Bücher, die man lesen kann. Und, und, und. Da ist meine Farm. Und da kann man auch von Weitem schon sehen, das Baumhaus. Und hier oben gibt es noch etwas ganz Spezielles. Steinmetzmeister Kobbel. Die Minen von Moria. Ich habe jetzt einfach mal alles so ein bisschen provisorisch benannt. Das wird sich aber dann noch ändern. Und, hopps. Hier, keine Ahnung, was da noch alles hinkommt. Da werde ich noch alles ein bisschen ausbauen, besser bauen. und pipapo. Hier ist der Waffenschmied. Da ist der Rüstungsschmied. Hier hat er seine Materialien schon drin. Und dann geht's für heute auch schon zur letzten Station. Einerseits, weil ich noch gar nicht mehr gebaut habe. Andererseits, weil die 15 Minuten auch schon bald rum sind. Ich habe hier ein kleines Heckenlabyrinth gebaut. Da flitze ich mal ganz kurz durch. Natürlich habe ich keine Ahnung, wo sich die geheime Truhe und der geheime Ausgang verbirgt. Und die schöne Musik. Und leider wird ein Moment. Jetzt ist der Regen nicht mehr ganz so laut. Jetzt kann man die Musik auch besser hören. So, wir müssen uns beeilen, denn sonst schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig. Ah so, da ist er ja. Hui! Ja, das ist richtig. Das ist eine Unterwasserhöhle. Und was sich da verbirgt, ist ein weiteres Labyrinth. Ich werde jetzt mal so hier durchgehen. Ich denke nicht, dass man was sieht. Vor allem auf YouTube nicht. Ich habe einen extrem hellen Bildschirm, was mir alles ein bisschen vereinfacht, hier durchzukommen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich dunkel. Ich habe da extra zwei Fackeln in die Kiste reingetan, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Und hier kommt man raus an einem ganz besonderen Ort. Denn, wie erwähnt, werden wir an den Spawnpunkt zurückkehren. und da wären wir auch schon. Ja, das war jetzt so ein bisschen der kleine Rundgang. Ich hoffe, auch wenn es kurz und knapp und weiß ich was war, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass ihr vielleicht ein bisschen inspiriert seid oder etwas Neues gesehen habt oder auch etwas Altes mal wieder gesehen habt oder etwas cool fandet, was auch immer. Und es werden sicher einige Parts jetzt noch folgen in meinem Let's Play. Schaut auch da weiter rein, wenn ihr wollt. Ich danke euch und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss! 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 Tschüss!